Jetzt möchte ich gerne Ihre Fragen aufnehmen, bitte. Wer möchte Fragen stellen, da vorne die Damen, bitte. Ich habe keine Fragen, sondern ich wollte einfach noch mal zu dem Beitrag von Ihnen was sagen. Also diese Diskussion über das Great Rain, das gefällt mir gar nicht. Es gibt Untersuchungen, die das entkräften, die das teilweise widerlegen. Dass auch Menschen, die hier studieren oder hier arbeiten, auch einen hohen Beitrag zur Entwicklung in ihrem Heimatland und zur Unterstützung sowohl ihrer Familien als auch zur wirtschaftlichen Situation dort leisten. Wieso kann man nicht die Entscheidung der einzelnen Menschen, wo wir leben und arbeiten, akzeptieren und getrennt von der Diskussion, wie fördern wir die Länder außerhalb Europas betrachten. Wir können diese Länder unterstützen, sie haben eigene Universitäten, sie haben viele Akademiker, die teilweise auf der Straße stehen und dort keinen Job finden, weil die Regierungen eben so sind, wie sie bisher waren und deshalb auch jetzt gestürzt wurden. Das heißt, wenn die Regierungen sich ändern, wenn sie demokratischer, freier und offener werden, dann haben doch auch die Akademiker, die im eigenen Land studieren und dort bleiben möchten, wesentlich mehr Chancen zur Entwicklung ihres Land freizutragen, als dass man jetzt die Leute, die hier bleiben wollen, wieder zurücksteuert. Es wird, wenn man sagt, Ausbildung, Bildung fördern in der selben Welt, immer nur daran gedacht, Stipendien für Studenten, die dann herkommen. Und dann diskutiert man, wie man hinkriegt, dass die wieder zurückkommen oder sowas. Das ist gar nicht der wesentliche Punkt. Ich sage es jetzt mal ganz radikal, weil wir darüber auch in der Fraktion diskutiert haben und ich bin da nicht immer in der Mehrheit. Ich würde gerne den Schwerpunkt unserer Entwicklungspolitik auf Ausbildungszusammenarbeit setzen. Beispiel, wo ich mich halt auskenne. In Afghanistan gibt es 13 Universitäten. Da ist eine, also alle zusammen sind nicht so groß für die medizinischen Fakultäten gefahren. Es gibt ein, ich glaube, Bochum, eine Universität, wo ein Fachbereich eine Zusammenarbeit mit einem Fachbereich in Herat organisiert hat. Da werden Dozenten ausgetauscht. Da fördert man ein Institut in Herat. Da kommen auch Studenten für drei Monate, für sechs Monate. Da werden Assistenten, die hier ausgebildet sind, die dann auch da werden, damit man sich dort verständigen kann. Da wird eine langfristige Kooperation aufgebaut. Wenn das zehn deutsche Universitäten machen würden, dann sähe die Universitätslandschaft, die grauenhaft schlecht ist, also wirklich defizitär, in Afghanistan nach zehn Jahren völlig anders aus. Aber es gibt nur zwei Millionen für die Bildungszusammenarbeit gegenüber den Milliarden, die da irgendwie verpulgert werden. Das ist unseriös. Also den Milliarden, die ausgebildet werden. Also den Milliarden, die ausgebildet werden, 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 die ausgebildet werden. Also den Milliarden, die ausgebildet werden, die ausgebildet werden, die ausgebildet werden, also die ausgebildet werden können. Das ist eine gew suggestede, die ausgebildet werden. Eind perder, læse.